Und hier noch kurz einen Überblick über den Ladevorgang von diversen Lampen von Imalent. Ein ausführliches Video könnt ihr auch im YouTube-Kanal Imalent Switzerland anschauen. Dort habe ich die Lampen noch etwas genauer vorgestellt, hier respektive der Ladevorgang. Wir machen hier einen kurzen Rundgang über die einzelnen Modelle. Die U1090 hat bereits ein Akku-Pack mit fix verbauten Zellen. Hier gibt es den Magnetischen Ladebord am Lampenende. Die können wir mit dem USB-Kabel anschliessen. So sieht das aus. Die RT90 ist dasselbe Prinzip. Hier ist ebenfalls ein Magnetischer Ladebord aussen dem Lampengehäuse. Das sind bereits fix verbaute Zellen in einem Akku-Pack. Wir können abschrauben, aber es ist wirklich fix verbaut. Das heißt, wir können die Akkus nicht separat oder extern aufladen in einem Ladegerät. Das ist bei diesem Modell hier nicht möglich. Aber mit dem USB-Bord ist die Aufladung doch noch relativ bequem und geht dort noch recht rasch. Wir haben momentan noch 22 Watt Ausgangsleistung aktuell für beide Lampen im Aufladenvorgang. Dann gibt es die R60Z. Hier können wir die Zellen rausnehmen und separat aufladen in einem Ladegerät. Das ist möglich, dass sie 21 700er zellen. Oder hier aussen nach einem Lampengehäuse ist ein magnetischer Bord. Der R60Z ist genau das gleiche Prinzip, hat hier ein magnetischer Ladebord oder Alternativmöglichkeiten via Ladegerät. Ebenfalls 21 700er zellen. Die R30Z hat hier 21 700er. Hier ist jeweils im Lippurumfang ein Modell, das heisst, ein Akku mit USB-C Ladebord. Bei dieser Lampen ist kein Ladebord ausser der Lampen vorhanden. Das heisst, wir haben zehn Möglichkeiten. Einerseits den Akku direkt einstecken oder den Akku extern aufladen. Wichtig allerdings, es muss wirklich ein Ladegerät sein, das speziell noch eine Einrastung hat. Bei der Kontaktstelle hier im Ladenschacht, sonst geht das nicht. In den meisten Ladegeräten wird es nicht funktionieren. Was möglich ist, Fenix ARD 2 oder auch Fenix ARD 1. Dort hat es noch kleine Einbuchtungen bei der Kontaktstelle. Das heisst, es gibt noch einen Kontakt zu diesem speziellen Akku. Die M35, ebenfalls 21 700er, ist momentan hier im Aufladenvorgang. Das ist schon ein kleines ältes Modell. Hier ist noch ein Micro-USB-Ladeport direkt am Akku angebracht. Bei den neuen Zellen sind sie ja wie ein USB-C-Ladeport. Oder Lade an Eingängen. Aber generell ist es so, dass die meisten Lampen auch mittlerweile direkte Lademöglichkeiten an der Lampe selber aufweisen. In der Regel ist es mehr magnetisch. Ist es so wie sie momentan gestaltet. Auch hier ist es das Prinzip. Der UB-T10 Waffenlampe. Momentan ebenfalls im Aufladenvorgang mit USB. Es hat direkt auch ein magnetischer Ladeport an der Lampe selber. So sieht das aus. Und hier noch Powerbanks, die momentan die Ladegeräte mit Strom versorgen. ECOFLOW River 600 Max, der noch etwas mehr Speicher hat. Und hier noch ein Akkupack. So sieht das aus bei diesen Lampen, Ladegeräten und Powerbanks. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne melden. Via Kommentar, per E-Mail oder telefonisch. Weitere Angaben sind auch im Onlineshop unter www.muelleraltor.ch publiziert. Ebenfalls auch unter imalent.ch. Dort ist jeweils noch ein bisschen detailreicher. Merci fürs Zuschauen. Und dann freue ich mich auf eure Nachrichten. Oder natürlich auch auf eure Bestellungen. Kbiotokoopak. .